mit einem crossbow ich bin schon wieder außerhalb der web gespawnt auch mann nein nicht nicht crossbow crossbow war ja du meinst du meinst science crossbow grapple hook ja grapple hook im grapple hook könntest du dich da gut machen machen könnte man ja mal versuchen oh leute jetzt haben wir gar nichts geschafft bei mace runner diese karten dazu holen ein trauerspiel ja jedes mal wenn ich ins labyrinth ging wurde ich entweder von rex oder von dem lieben ben gekillt ja da sind wir alle vier ecken sind da jeweils vier karten teile nicht in den ecken und mittendrin also ich habe bisher nur die in den ecken gesehen kann auch das ist jetzt ich habe es jetzt fünf gesehen also hätte ich die einsamen sollen ich war überall schon die nicht fünf nicht fünf das waren zwei mal dieselbe aber die 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 immer an den selben stellen es kann nicht dieselbe sein es kann nur die gleiche sein klug scheiße vergaß dich das hast du gesagt ist schon jemand chaos report report einfach report nein die plasmonster ist irgendwo was muss ich report report ok ups du holst du dich hier um jawohl da eine hätte ich schon lange geschossen weil blingst acht goldwing verwechselt counter strike mit ttt dann stand und hat sie hat keine webe mit jan hat auch keine ap mehr ich glaube er ist kurs oder äh was nein geht weg alter wollen wir ihn wegschießen ja komm verpisst euch ich versuche young kraft ist kurs habe ich gehört was war denn das jetzt also irgendwie haben sich alle drei aus rechtzeitig ausgescholten hey ben da sind auch nur zwei die größten dödel alle drei also kura schießt gleichzeitig sein bruder sein bruder gleichzeitig in lukas und lukas gleichzeitig in kura ich hab gar nicht geschossen ach da da liegen leite ich geh hin da sind welche guck dir mal an wie die leiche da sitzt alter keiner mag mich davon aha da vorne da flog er eben wenn du so souverän fliegst wenn du da so souverän der farmprüfung wirst alter 1 plus bestanden alter ja man nicht führerschein 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 alter Könnt ihr dir bitte reden, damit das Let's Play ein bisschen... Wollt grad sagen, was ist denn so still? Redet mal! Wir müssen nicht eigentlich die Leute, die noch am Leben sind reden, ich mein, wir müssen ja die Fresse halten. Ja. Na, ich... na, ich redet jetzt einfach keinen... Fresse halten, wen ihr tot seid. Tut reden nicht. Sagt dir der Random Killer. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah! Ja, man, Sir, du möchtest hier aufhören zu reporten, bitte. Ja, Rex, drück mir einfach einen Random Header rein, das war voll scheiße. Alles klar, ich arbeite dann mal die Reports hier, also, ne, Rex, krieg das mal für 7 Runden Slaves. Wegen Random Kill. Wegen einfach ein... Arschloch sein? Ey, aber Lukas, das war ein geiles Timing, du hast schießt den, ich den. Ohne, dass wir überhaupt was gesagt hatten, ne? Weißt du, wie man das... das ist einfach Karma, das ist innerliche Verbundenheit. Hier, wir fahren jetzt mal so schön, dass ihr beide T seid, ey. Lasst euch so vernommen, ey. Ihr spielt niemals Tee, wenn ihr kein T seid. Doch. Boah, ey. Das spielen wir immer so. Warum war da ne Lücke zwischen dem Platz? Übrigens, ich kann 3T-Bomb-Spieler noch patchen, dann können wir das zocken. Oh ja! Wer ist's, können wir? Das ist ein Rhino, mit perfekten Stutten. Und ne Kiro. Was, was können wir später zocken, was könnt ihr später zocken, was? 3T-Bomb. Kenn ich nicht. Juhu! Ich bin ein Innocent. Mich eben geschubst. Mich eben geschubst. Mich auch, Kuro. Ja, ich mir selbst sogar noch nicht, Mann. Ich hab gerade in die Hose geschüssen, und jetzt? Mein MK. In my pants. Alter, so viel noch anfällt, wo ist's? Rex? Rex ist wieder mit eurer Hand in der Hose, Alter. Wo ist er, wenn man ihn einmal braucht? Er ist schon irgendwo wieder hinter euch. Rex, bist du nicht Traitor? Lass doch mal bitte ein geiles Handy bimmeln. Nee, rechts ist viel. Alter, der schubst nicht. Der schubst dich? Das ist voll gemein. Alter, ohne Spaß, du bist ja voll der Mobber, ey. Hey, Rex. Jan hat AWP. Jan hat AWP, Leute. Jan hat AWP. Wo ist Jan? Jan töten! Antötet alle den Jan! Los! Los! Hallo, Jan! Oh! Keine Ahnung, wo ist. Der war da hinten. Der ist hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir! Der ist auf links. Pass auf, Disco. Nein, du hast mal ganz angeschossen. Jetzt fliegt er weg. Ich dachte, die rollt weiter runter. Links hat nicht angeschossen. Was für angeschossen? Alter, diese Mücken! Junge! Die Mücken. Die Mücken. Alter, ich werde angeschossen. Kura, weg. Ich werde angeschossen. Ja, hinten. Von da hinten. Jan schießt auf uns. Ja, von rechts. Der ist bei mir auch ein Scheißer. Verpiss dich! Verpiss dich! Verpiss dich! Verpiss dich! Der Schotter! 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 Wende mal! Dann hat jemand anders geschossen. Soll! Ist noch jemand gestorben. Wo? Das Gamer LP. Hä? willst know Ich verank... Junge bist du Analphabetiker? Da steht ganz klar GamePlayer. Fed Engshul. Der Schotter Able Byarsot. Froh! Er ist mitun Manh Ο an Alphabetiker! Da steht ganz klar GamePlayer. Game... Game! Gamervater! GamePlayer! Doll! Verpiss dich! Verpiss dich! Ich wollte dich unbedingt einfach mal machen! GamerPlayer? Du hast irgendwie geschrieben, dass du mich machen willst, Alter. Nee, aber ich hab' dich gesehen, hab' die... Oh, lol! LOL Aber ich hab' mir so gedacht, so, weißt du, da steht der Ben so schön vor dir und du hast grad so schön das Knife, er füllst ihm doch seinen geheimen Feen, tippisch. Nein, mach nicht mehr, das war jetzt nur einmal. Hab' ich vorhin auch schön im Arsch rumgekratzt und dann ging's los. Alter, dieser Spruch war schon fast so flach wie in deinem Teambereich. Ich hab's Monilada für mich. Ich brauch mal ne Schnipper. Ne Schnipper brauchst du. Übrigens, jetzt übertreibt man nicht, nix so flach. Was? Oh! Geil, hier ist sogar ne Schnipper. Ne Schnipper. Schnipper? Schnipper? Was Schnipper? Ein kleiner Schnipper. Ein kleiner Schnipper. Ein kleiner Schnipper. Ja, halt's mal. Soll ich... Ich weiß, wie ich dich sonst nonnen kann, äh, sonst nonnen kann. Scheiße, ich hab grad die Analphabetenkrankheit. WI-N� nik-krankkankern. Ich hab' die Islander verbessert. Wenn jetzt. eh ha! Hab' ich...hab' ich angesteckt? Ja, das war... Ja, hast du. T Ready ne ne... Nein. Ich hab' immer noch Joghurtbecher. Ben! Hey ha! Ich hab' nur Joghurtbecher, passt auf Schleuth! Der ist gefährlich! Er hat noch Joghurtbecher. Oh Gott! Hilfe! Ich werd' beschossen, ich werd' beschossen! Ich weiß nicht von wo! Der da! Der! Wer ally da! Auf Crack Auf Crack Das ist Rack Ich hätte ihn jetzt abgerütteln bei Rack Er macht sein Telefon Er macht sein Telefon Rack macht Telefon, ich schieße auf ihn Ich habe nicht mehr was in der Hand geraten Sorry, das war der Falsche Nein, ich habe den Falschen erwischt Das als Bester Wir sind jetzt theoretisch beide Pupen Ja, wir sind Brüter Ich sehe die nur nicht mal Okay, welche Waffe habe ich? Möwe, äh Taube Ben wurde weggemacht Nee, du tötest mich jetzt nicht einfach Ich habe nichts gemacht, bin unschuldig Ben, nein Swallow, bitch Swallow, swallow Ach du Scheiße, was war das? Da ist Zero Auf dem Dach ist Zero? Stop, 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 ich bin gerade erstmal hier hochgekommen Alter, Alter, ich bin hier hochgekommen Gerade in mir, Alter Ist der Rax da hinten? Rex ist irgendwie weg, wurde er geschüttelt schon? Nein Nein, Rex ist Traitor Ich habe Rex einmal angeschossen schon Ja, ich habe Rex gar nicht getroffen Gut, das kann ich jetzt schlecht Ich weiß aber nicht, woher es ist, ich sehe nicht mehr Rex hat auf mich geschossen, ich bin theoretisch auch proven Und nehme es gerade Ben und ich Ich schreibe doch nicht mehr auf einen Was willst denn du? Was bist denn du überhaupt? Aller am Arsch, Alter, hinten Ja, ja, ich stocke alles, Mann Was willst du für den kleiner Storker? Borker Ich suche halt diesen Rex da Wo ist er denn? Weiß ich nicht Da läuft einer lang Weiß ich nicht Wo soll er denn etwa sein? Nur so Ich glaube, ich wurde gerade gesnipert Also ich bin unten in der Etage Aber hier ist keiner Also ich habe eine Glocke in der Hand Ich bin bei Zero Rex ist tot, Leute Bist du jetzt? Ja Wenn ich sterbe, ist es Zero Wenn ich sterbe, ist es Zero Wer hat Rex getötet? Rex ist confirmed, als Traitor Ja, und Rex? Ich habe auf jeden Fall auf ihn geschossen Ganz da hinten Kura Ja, ja, ich habe auf Rex geschossen Aber der ist tot Keine Ahnung, wen getötet hat Er sagt keiner, was Jan? Äh, Dings Dings Hier Hier, Zero Zero Fick dich Ja Alter, wie wurde ich confirmed? Alter Die Packung Das hat ja gerade mal scheiße Äh, weiß ich nicht Aber deine Märzüger ist nach hochgegangen Jawohl, Alter Boah 9 HP Alter, du hast gerade überklackt gehabt, weil wir ein Waffenpakt waren Ich habe es gemerkt Alter, wie mir dein Name nicht eingefallen ist, ey Richtig Ja Ich habe gerade ein Gesicht vor das richtig schon eingenehm Äh, klar Du bist halt Du bist halt einfach ein professioneller YouTube-Let's Player Ich bin voll aufs Let's Play konzentriert Ja, da ist für das Spiel Du bist einfach ein professioneller Mülleimer Boah Alter Hat man nicht gesagt Hat man nicht gesagt Alter, Ben Wo ist ein Twix? Was? Genau, wo ist Twix? Alter, Rex Das ist Abuse Mach ich auch für euch, wenn ihr runterfällt Wenn ihr in der Luft spawnt Ja Das hat was aus dem